Die Autofahrer, die auf der Autobahn ganz links fahren, also auf der linken Spur, sollen möglichst an den linken Fahrbahnrand fahren, die anderen nach rechts. Also bei Zweispuriger ist es ganz einfach, auch bei drei und mehr Spuren ist es klar, die linke Fahrspur nach links zum Fahrbahnrand, alle anderen nach rechts. Dabei ist auch der Bannenstreifen so weit als notwendig mitzubenutzen.